Hey, ich bin gerade in Portugal bei einem Zehntausender und ich bin gerade vom Abendessen zurückgekommen. Ich bin hier in meinem Zimmer. Das Zimmer ist wirklich sehr klein. Ich habe hier ein Bett und einen Fernseher und das ist es auch schon so ziemlich. Ich spiele erst am Dienstag, also habe ich morgen noch einen Tag zum Trainieren und jetzt zeige ich euch mal, wo ich wohne. Hier bei den australischen Mädchen gehen wir jetzt ins Zimmer, mit denen trainiere ich die ganze Zeit. Wir schauen gerade Weltcup, Australien gegen Deutschland. Das war das Zimmer von den australischen Mädchen. Und die haben ziemlich viel Spaß. Die verlieren gerade beim Fußballmatch gegen Deutschland. Und ich werde jetzt auch schon bald schlafen gehen und mich für mein morgiges Training vorbereiten. Tschüss! Tschüss!